Hallo und willkommen zum dritten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um den Unterschied zwischen Object und Edit-Modus und was kann unser Koordinatensystem und wie arbeiten wir damit präzise. Wir starten wieder mit einer neuen Blender-Datei. In dem Falle löschen wir wieder unsere Kamera und unsere Lichtquelle mit der Entferntaste raus. Ich mache unser Screencast-Add-On an, damit ihr seht, was ich für Tastendrücke mache. So, das ist manchmal ein bisschen buggy. So, jetzt soll es klappen. Gut. Wenn wir unseren Würfel verändern wollen, und zwar im Gitternetz, dann müssen wir in den Edit-Modus wechseln. Im zweiten Teil habe ich das ganz kurz angerissen mit der Tabulator-Taste, kommen wir in den Gitternetz-Modus. Das bedeutet, dass wir hier sehen, woraus unser Würfel aufgebaut ist. Als erstes fällt uns auf, dass wir hier Knotenpunkte haben, Vertices. Dann haben wir hier Kanten. Diese Kanten kann ich nur auswählen, wenn ich auch in diesen drei Feldern im Edge-Select-Modus bin. Denn das heißt auf Englisch Edge. Das hier ist eine Edge. Das hier ist eben der Vertex. Und das hier ist der Flächen-Auswahl-Modus oder der Face-Select-Mode. Wir verwenden auf der Tastatur die Zahlen 1, 2 und 3. Und um uns durch diese Modi zu schalten. Im ersten Modus, wenn wir hier einen Rahmen drumherum ziehen, markieren wir alle einzelnen Vertexes. Und im zweiten Modus markieren wir alle Edges. Und im dritten Modus markieren wir alle Flächen. Das sieht ein bisschen ähnlich aus, wenn wir uns aber die einzelnen Objekte schnappen, die wir damit auswählen können, sehen wir den Unterschied. Das hier ist jetzt der Face-Select-Modus, das hier ist der Edge-Select-Modus und wenn wir die 1 drücken, ist das der Vertex-Select-Modus. Unsere Objekte in Blender sind hohl. Also gehen wir in den dritten Modus, den Face-Select-Modus, klicken eine Fläche an und können diese mit Entfernen löschen. Dabei gibt er dir ein Menü. Und zwar was genau sollst du da drin jetzt löschen? Willst du die komplette Face löschen? Willst du nur die Edges, die hier angrenzen und markiert sind, löschen? Oder nur die Vertices? In unserem Fall möchten wir das Face löschen, damit wir sehen, wie unser Würfel von innen aussieht. Er ist komplett hohl. Das bedeutet, wir haben ein Netz aus Linien und Punkten, die mit Flächen einfach nur gedeckt sind. Wir haben also keinen massiven Würfel vor uns und auch alle anderen Primitives, die wir erstellen, sind innen hohl. Das ist auch völlig in Ordnung, denn eine Füllung an sich brauchen wir bei der 3D-Modellierung nicht. Es ist immer eine Art Illusion, die überhaupt nicht nötig ist, um das Ganze hier zu füllen. Also wir können, wenn wir den Edge-Select-Modus auswählen und die Shift-Taste halten, können wir mehrere Edges markieren und hier wieder das Face schließen. Und zwar mit der Fill-Funktion. Fill geht über die Taste F an der Tastatur. So füllen wir wieder unseren Würfel. Wir haben jetzt unsere Fläche, die an den Edges verbunden ist, wieder hergestellt. Wir können im Edge-Select-Modus verschiedene Edges markieren und die ebenfalls löschen über die Entferntaste und dann über Edges. Und er löscht somit auch alle drei Flächen, denn ohne Edge kann keine Face existieren. Das ist ganz wichtig. Also ein Vertex zum Beispiel hier verbindet momentan zwei Edges sowie die Flächenkante. Wenn wir diesen Vertex weglöschen, dann existieren diese zwei Edges nicht mehr, denn diese Punkte sind gleichzeitig fest verbunden mit der Edge, denn eine Edge besteht immer aus zwei Vertexes und eine Face aus mindestens drei Edges. Das sind also keine einzelnen Elemente, die ich verschieben könnte. Wenn ich jetzt G drücke, kann ich diesen Punkt, also diesen Vertex in seiner Umgebung verändern und somit folgt mir auch die Fläche und mir folgen die Edges, denn sie sind alle miteinander verbunden und sie sind Teil voneinander. Ich kann also nicht diesen Vertex löschen und diese Edge behalten. Wenn ich ihn lösche, dann verliert er seine komplette seitliche Fläche. Wenn ich jetzt über den Edge-Select-Modus die zwei äußeren Kanten mit gehaltener Shift-Taste gleichzeitig markiere und wieder F drücke, dann wird er mir keine komplette rechteckige Fläche mehr geben, da er zur Flächenbildung nur die zwei Edges zur Verfügung hat. Das sind ganz, ganz wichtige Elemente, die wir lernen müssen, nämlich, dass jedes Objekt aus Vertex, Edge und Face existiert. Es gibt ein paar Spezialobjekte, das sind aber keine Teile unseres Modells. In den ganz, ganz groben Anfängen der Modellierung brauchen wir uns nichts anderes merken außer den Vertex, die Edge und das Face und dass die Objekte alle hohe sind. Das ist der größte Unterschied zum Edit-Modus auch, zum Object-Modus. Also zwischen Edit und Object-Modus. Wenn wir die Tabulator-Taste drücken, kommen wir wieder in den Objekt-Modus und unser Objekt lässt sich nicht mehr in sich verändern. Es ist ein ganzes Objekt. Und das ist der Unterschied, der uns die Einleitung gibt in dieses Tutorial. Beispiel. Wir werden jetzt auf das Koordinatensystem eingehen und wie sich dieses Koordinatensystem im Edit-Modus und dem Objekt-Modus voneinander unterscheidet. Wenn wir mit der N-Taste, N wie Nordpol, unser rechtes Panel öffnen und dort auf Item klicken, beginne ich mit der Erklärung des Koordinatensystems in Blender. Dieser kleine Rettungsring in rot und weiß ist unser 3D-Cursor. Wie in anderen Programmen ist der Cursor dazu da, um eine Stelle zu markieren, an der wir arbeiten. In dem Falle können wir mit gehaltener Shift-Taste und der Rechtsklick-Taste an der Maus unseren Cursor in jeden beliebigen Ort in unserer 3D-Welt setzen und wenn wir ein neues Objekt erschaffen über Shift-A und dort zum Beispiel eine UV-Sphere setzen, dann wird sie an unserem 3D-Cursor erscheinen. Dieser 3D-Cursor hat ein eigenes Koordinatensystem, das wir verändern können. Wenn wir mit N wie Nordpol unser Panel öffnen und dort auf View klicken, dann sehen wir hier die Koordinaten unseres 3D-Cursors. Wenn wir also einen Würfel bauen möchten, der 4 Meter über dem Boden schwebt, dann setzen wir den 3D-Cursor bei der Lokation bei X auf 0, bei Y auf 0. Einfach mit dem Numpad die Zahlen eingeben und bei Z auf 4 Meter. Dann schwebt unser 3D-Cursor direkt über unsere Kreuzung der zwei Achsen. Mit Shift-A könnte ich jetzt einen Würfel erstellen und er wird genau 4 Meter über dem Boden schweben. Allerdings mit seinem Mittelpunkt. Der Mittelpunkt unseres Objekts ist ein orangener kleiner Punkt. Wenn wir den 3D-Cursor jetzt mit gehaltener Shift und dem Rechtsklick-Taste auf die Seite bewegen, bleibt unser orangener Punkt in der Mitte. Das ist der Origin. Der Origin ist von einem Objekt der Anker in einer 3D-Welt. Dieses Objekt muss ja, auch egal wie groß es ist oder wie es verformt ist, einen Mittelpunkt haben und der muss gar nicht in der Mitte sein. Es muss einfach nur der präzise Punkt sein, in dem sich das Objekt in dem dreidimensionalen Raum befindet. Jedes Objekt hat so einen Origin und er hat ein eigenes Koordinatensystem. Also er hat in diesem Koordinatensystem einen Ort, in dem er sich befindet. Wenn wir von einem Objekt die Lokation eines Origins sehen möchten, müssen wir auf Item klicken in unserem Panel und sehen hier, dass er sich hier auf 0 befindet in der x-Achse, auf y auf 0 und auf z auf 4. Das ist der Standort unseres Würfels und somit auch der Standort unseres Origins. Die Unterkante des Würfels, da dieser eine Kantenlänge von 2 Meter hat in jede Richtung, wird also auf 3 Meter Höhe sein. Das können wir auch ausprobieren, indem wir unseren 3D-Cursor auf genau 3 Meter setzen. Wir klicken auf View und setzen unseren 3D-Cursor hier auf 0, 0, 0 und in Z auf 4 Meter. 3 Meter, Entschuldigung. Genau. Und schon sind wir auf der Unterkante unseres Würfels. Das bedeutet aber auch, dass unser Gitternetz hier, man sieht ein wenig, dass ein paar Stellen, ein paar Ränder etwas dicker sind als die restlichen Gitternetzlinien. Und die gröberen Kästchen markieren immer einen Meter in Blender. Wir sind also hier bei 1, 2, 3 Metern, unserem 3D-Cursor in der Seitenansicht. Und unser Origin ist bei 4 Meter und die Oberkante des Würfels wird dann bei 5 Meter sein. Der Standardwürfel hat immer 2 auf 2 auf 2 Meter. Das bedeutet, wir können Objekte perfekt aneinander ausrichten, indem wir uns ausschließlich auf das Koordinatensystem konzentrieren und nicht mit der Taste G und der Maus willkürlich bewegen. Wenn wir jetzt 2 Objekte perfekt aneinander ausrichten möchten, müssen wir natürlich ihre Kanten lenken. Die Standardwürfel habe ich nicht verändert. Darum kann ich diesen Würfel hier auf 3 Meter oben wieder setzen. Minus 1 Meter, damit ich den Origin-Wert habe. Also kann ich den auf 2 Meter anheben. Ich gehe auf Item und verändere ihn in der Lokation bei Z auf 2 Meter und er schließt bündig ab mit meinem anderen Würfel. Angenommen er befindet sich schon irgendwo in der Welt und ich möchte ihn hier direkt einen Meter nach oben oder nach unten verändern, muss ich nicht in diesem Feld diese Zahl anpassen. Ich kann auch einfach mit dem G-Befehl, der Z-Achse und der Zahl am Numpad die Meter angeben, in der ich ihn verschieben möchte. Zum Beispiel 1 Meter oder 2 Meter oder 3 Meter in die Höhe. oder wenn ich ihn nach unten verändern will, kehre ich den Wert ins Minus. Also Minus 1 Meter, Minus 2 Meter oder Minus 1 Meter, indem ich einfach auf dem Numpad die Minus-Taste drücke, bevor ich die Zahl eingebe. Wenn ich einen Rechtsklick mache, vergisst er alle meine Änderungen. Wir können uns also jetzt in der Seitenansicht mit GZ3 diesen Würfel könnte ich zum Beispiel wieder auf 0 setzen. Da gibt es jetzt verschiedene Wege. Der erste Weg ist, dass ich Alt und G gleichzeitig drücke. Dann vergisst er hier die gesamte Lokation. Also Alt, G gleichzeitig und er wird alles auf 0 setzen. Das funktioniert auch bei der Rotation und dem Scale. Mit Alt und G, S oder R vergisst er alle Informationen, solange ich sie nicht angewendet habe. Dazu kommen wir später. Ich setze den Würfel wieder wild in der Welt umher und zeige euch die zweite Option. Ihr könnt alle drei Felder gleichzeitig bearbeiten, indem ihr in eines dieser Felder reinklickt, mit gehaltener Shift-Taste und wieder loslasst. Während ich über alle drei Felder mit der Maus gezogen habe. Und wenn ich hier jetzt die 4 eingebe, wird er in alle Felder die 4 reinschreiben. Probiert das selber mal aus. Shift-Taste halten, über die Felder ziehen und eine andere Zahl eingeben. Ich muss mich hier bei der 1. Ich schl stage ein wenigstens. Ich schlüsse dich nicht auf. Ja.